du bist allein auf einer mission und wünschte jemanden der wir beim freien hilft nutze die ss barke um einen weiteren helder immer zu dir zu rufen irgendwie sagt jetzt gar nicht mehr passiert ja ein freiläufer wenn das schrotgewehr ausprobieren oder hat ein visier wie tut man noch mal modifikationen machen ok was haben wir da ich hätte gern die auto bedeuteten auto aber jetzt wieder so eine tür zum öffnen oder so berühren da und dann ist es wieder mit wo nicht die einzelnen schüsse so boom für eine waffe ja wo seid ihr ich mache jetzt weniger schaden leute ich komme da nicht hoch ich komme da hoch ich komme da nicht hoch ich komme da nicht hoch und warum dann war sie auch nicht mein gott geht weg leute aber von hinten auch noch cool leute ich bin jetzt geschwitzt ich bin einfach nie du bist ich danke es gehört ich bin es geht okay mit einem zoom stadt kurz na gut dann gehen wir zur rakete da sind sie ich habe mich kaputt bevor er die nächste runde startet nicht vergessen später rückgaben sind die bschaden unseren allen spätere rückgaben sind die bschaden uns allen probe maschinengewehr habe ich schon kriegt eine munition dafür wenn ich dazu auch sammeln ich bin einfach die ja liegt mit weniger munition wir müssen da ist ja schon mehr so dass schon mehr so wer ist da die tür da drückt mit mir kommt hier drin ist alles mehr medaillen zum freischalten von zeugs da kann man die uns beobachtet das war gut da waren ja diese diese premium dinge bekommt hier diese irgendwie zum greifen wenn man okay jetzt ist natürlich ja ja so oder ja hinter uns hinter uns sind welche naja hat schon ein gerufen ist klar so weit hier wir haben wir ja so weder ding tut jetzt hier in meine richtung kommt 15 kels weiß ich weil der fahrer so ich bin schon 5 2 1 7 9 dinge daraus gezogen werden ja ich mach mal etwas nachschub für spritzen die leiche abgeprallt er muss erst mal an dann vielleicht nicht da wenn ich in das terminal stehe ob ich dann immer noch weg bläst war perfekt positioniert wir sind hier oben ja mein geschützt das ist ein bisschen blockiert er hat schießt gegen die wand dagegen die gegen den tisch da der weil er die gegner erwischen willst du gar nicht bei mir warst du gar nicht am terminal wenn du keinen nachschub suche nach motion ja danke ich werde aus nächster nähe sehen so ich werde aus nächster nähe sehen ich lege jetzt hier demokratie wie romantisch mit der explosion wir haben etwas gutes getan weiter im text also weiter im text sind doch schon fertig hier na gut da sind sie so tot nein ich will weg oh god oh god okay normal okay jetzt reiz ja nein doch leute da stimmt ja nur meine proben steht da irgendwo bring meine proben in sicherheit du musst jetzt noch mehr leute mit backausbrüche und so wahrscheinlich ja bringt ja nichts von jetzt gleich wieder spawnen ja ich glaube jetzt ganz ziemlich wieder ja noch gelernt konfrontation aus dem weg gehen wenn wir können ja hast du meine proben in sicherheit gebracht ja ausgezeichnet das wer ist denn da nur eingetroffen in der menge nein oh gott ich habe ihn gerade erschossen als er sein dampf ablassen wollte sagen wir überhaupt da lang wir wollen zum reagent gläschen ja ich mache schon wieder also ein ding kaputt machen er ist auch voll nervig da kümmert sich schon um einige leute dahinten so da ich meine orbital angegriff wir weiter noch weiter dieses abgeschützte schiff mit einem Schuss tot. Wenn man den Kopf wegschießt, sterben die nicht sofort, sondern nach einer Weile. Ah, wie ein Hühnchen. Ja. Wir haben ja noch Chancen, noch in Letzten angepasst zu führen. So, hier ist gar nix. Ich noch hier wäre was cool. Dein Geschütz kämpft dahinten. Dafür ist es da. Ich hole mal Nachschub, eh. Ich hab nix mehr. Die sind in ihrer eigenen Eier. Haben wir so einen auf mich? Ich hab die Richtung geschmissen, weil es ja wohl aus genug Zeit, um auszuweichen. Ich find ganz gut die Signale, die du mir ersendet. Lade neu. Wir werden uns niemals unterlebt mit dir. So. Ich wollte dich gerade spritzen. So, wo gehen wir hin? Äh, da lang. Genau. Ja. So ein Reagenzgläschen. Niemann da links ist ein Netz, nochmal ignorieren. Letztes Mal ist das nicht so gut ausgegangen. Da war also nicht mal gucken erstmal. Das ist hier nirgendswürdigkeit hier. Da ist etwas. Ja, ich hab's gedacht, gerade gesagt Daniel, da ist ein Boar, es hat nicht mal wiederholen. So, was hast du hier gemacht? Eine Granate dagegen geworfen. Hier ist so eine Tür irgendwie. Du kannst auch versuchen da aufzuschießen. Du kannst auch versuchen da aufzuschießen. eine über Crates ausgezeichnet. Ja, viel Zeug. Auch nicht von uns entgegner. Eine Menge. Oh, die haben nichts gemacht, ist klar. Äh. Die werden nötigen hier eingestellt. So, da. Ja, der gepanterte ist tot. Mein Gott. Ja. Ja. Durchbruch ausgelöscht. Sehr gut, Baby. Warte mal hier. Ja. Da werden effizienter auf jeden Fall. Oh Gott, hier ist ein Nest. Dämonst. Hä? Hä? Äh, das ist, äh... Die Elektro... Äh... 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 hier ist ein reager ins glas muss man schon wieder die dinge hier du bist tot stirbt ja aber wenn er überhitzt dann geht der kaputt oder ich nehme an die geben hat einen falls man irgendwie keinen luftschlag mit sich schleppen und zündet und weg also miteinander versucht der granate habe schon mal versucht funktioniert nicht wir haben natürlich auch benutzen können wir ich versuche mal einen anderen sollte man auch vital speuerfeuer machen schon wieder gespawnt ich sollte ich sollte vielleicht weg ich glaube ich habe mein ding gehört gebracht hat nicht zu den reihen ja ich tue ich bei deinen ding an ja und platzieren natürlich auch mal woanders gelandet ich habe ja ich habe gar nicht mehr meine mg was da wirst du dich allerdings war nicht auf dem rücker gestrungen der blitzte grenz der macht kannst du so eine hellenbombe ausbauen ich mache die im übrigen zeitlich so den nötigen ja jetzt halten die uns hier wieder voll auf unmöglich demokratie lädt nie nach so dass ich noch ein paar glitzernde sachen und die materie gewerter muss ich manchmal muss ja richtig randen somit es passiert manchmal ja ok darum soll den nächsten nein das sind nicht schon kommt heißen wir haben ihre eigenen die luft ich mache nachschub naja kommt immer also ich kann sagen schon wieder wachsen nach ich sehen wir die karte ja auch gar nicht mehr union schlag hier sind gebäude ja so bestimmt hoch exklusiv plus jetzt moni granaten keine probe aber ich kann von hier aus alles sehen jetzt dahinten lässt bin ich so ein fan von den nächsten aber nicht ganz ehrlich bin die sind immer am nervigsten wir mal weil ich man sieht so schmerzablause jetzt wieder eine tür schon sagen warum ist ja nichts wo ich gegner über credits über quals stand bei ihr jetzt plus 10 plus 10 er geht einfach hin wenn ich meine nähe warum geht es nicht nur dahin alleine meine nähe mann da so viele gegner ich werde jetzt er ist gerade echt beschissen ist bei mir von der gewesen ja ich war nicht mal in der nähe ich habe andere gegner noch getriggert und so immer wieder drauf habe gerade gesagt mit den nächsten sollten wir uns am besten fehlen halten weil ich voll nervig sind da sieht doch jetzt mal passiert ist ja was letztes mal passiert jetzt erlebte ich hier noch zehn minuten für die mission nehmt die waffe dann geht er hin wenn er abschließen wird ich weiß jetzt nicht mehr welches das war jetzt sind eine proben noch auf der karte sie nennen mich john rambo war hat habe ich dachte jetzt hier treffe eine probe ist ja noch mal proben ich habe eine probe wir haben acht minuten eine menge leute noch eine menge gegner ja noch zur evakuierung ich habe auch nicht mehr viele granaten was ich aber habe ist nachschub das kommt davon da ist klar ich sterbe erst wenn ihr den kopf wegschießt sterben wo kommt ihr mal her dass wir schon koch kommt ja alle gekochen gibt 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 es hört einfach nicht auf kommt es hat so viele leute noch nicht von demokratie gehört haben ich rufen ist ja nicht aber ist er gar nicht warum sind da sachen haben explodieren er gehe ich nah ddc ddc also du kannst du hast keine chance aber der hat schon wieder verstärkung rufen heute wir sind direkt hier wo soll ich ja im weglaufen aber wenn meine proben mit außen liegen abgeschossen wollte ich gerade versuchen aber war ein bisschen viel unser terminal wo kommen soll ich davon da hier kommen sie warum nicht meine probe doch da ich habe hier allein gesammelt das schützt macht auch immer kaputt nein ich muss alles nachladen ich muss mal bei mg nachladen eine sekunde ich bin gleich wieder bei ich muss nachladen bist du immer noch bist du jetzt mal nur seit ja da wollte ein bock durchbruch machen hat er geschafft verdammt wir müssen weg das war geschützt wird er nicht schießen geschützt weil die freiheit hat mich zur folge macht drei prozent mission zeit drei punkte dafür pool mittel haben wir jetzt irgendwie ein dreh raus anscheinend nicht schlecht enttäuschen adien stand da gerade noch eine mission dann kann ich mein jetpack holen ja ja ich bin auch ganz ja jetzt landen wir schon wieder auf einem planeten wo das alles was wir machen vor allem unterrutschen gehen einmal panzer abwehr ok ja so kann ich da hinrufen wir haben schon gesehen ich kann den zweimal rufen ich glaube da wird mit der karte ich kann den zweimal rufen muss er mich vielleicht gibt es hier stürmer aber natürlich nicht so gut ja nein nur stück ja aber es hat mich zu sprechen habe ich gesehen so stadt da könnte man nicht auf die ganze zeit zu sprengen irgendwie kann ich nicht zu meinen wieso kann ich nicht mehr zu meiner namen mit aber ich wollte gerade konnte ich nicht zurück zu meinen anderen waffen wir wechseln da müssen wir machen schüssel ausrichten ich muss immer noch irgendwas machen da kommen sie ich muss noch laden waren hier gehört also da sind gegner bei ihr tassen kommen die schon wieder gar nichts zu machen da war es zum kommunikations und wer ist das da sind wir wo ist das denn wo ist das denn ist das auf der karte ist das auf der karte nicht oh Gott oh hier aber der warte mal da ist wo ist das wo ist das wo ist das kommunikations also ist ja nicht so ein satellit ja so ein satellit nehmen schon das ist ja nichts das Ding hier, nö aber es ist da irgendwie so ein Ding wo ich da rein stecken kann hier ist aber nichts hier ist hin jetzt habe ich nur meine pistole ich benutze kann was mich mal ich und unten zu dem weißen dinge da machen wenn er selber queer und kommunikation so lieb release gibt es auch nicht schon wieder gegner leute ich finde hier nichts da ist geschehen ich habe alle gekämpft diese kaputt ja leute wollen müssen wir abbilden hinpacken ich weiß es nicht wenn wir den kabel erfolgen oder so kann das hier raus weil er sie dazu aus wir haben probleme mit der befreiung leute da kann man nicht abschließen nein kommunikation zu kann ich mir nicht vorstellt wenn eine dinge ist noch nicht am aufleuchten die andere missionsdinge glaube ich nicht oder mission gebiet primär dingen primär müssen wir mal erst die dinger machen die sekundär damit wir primär überhaupt machen können ich gehe zum volk zum nächsten dinge da ich jetzt war ja auch nicht kann ja nichts anderes machen naja ich habe den gerade erschossen ausgerechnet erwartet das hat hier aber was so noch neben da steht einfach da steht einfach ein oh mein gott okay man war nächstes ding ja du hast eine probe gefunden habe ich gesehen so sind wir da im rennen da müssen wir zum reagenzgläschen wollen wir schon wieder kaputt man wahrscheinlich aber ich will wegen punkte und so und geld und man weiß ich nicht alles rum ehren und feiert hier ist der satte lebt ich mache ja ausgerechnet sechs küls so ziemlich die mission an sich war bis jetzt so ich zu euch dann gehen wir zum reagenz gewesen da müssen wir die mauer nein nein ich will auch noch hier nein okay er mich irgendwie so ein titan gekämpft haben weiß wie man die allee nicht schlimm wir waren die idioten wir sind schon längst weg haha dieser zaun wird mich nicht aufhalten aufmachen medaille ich habe gegner eine sekunde schon direkt haben sie ja übrigens gemacht also weh leute also weg leute nein ich habe den kleinen aber so weg du muss man da lang ich habe gerade die karte offen da hat mir da auch neu ich sehe schon den gegner da hat man bis der sturm weg ist da gerne einschlag einwerfen wissen du bin ich gar nicht ich bin nicht auf dem felsen hier hallo ich werf dir mal was drüber jetzt geht's wieder wach wach dann pack mal was napalm nein aber wir haben ein anderes genommen der napalm das bringt irgendwie nicht so ich kriege da nie irgendwelche kills mit er dauert äh ich bringe da oben so wer hat polter ab und hat ist voll abgebreitet aber wir haben ein geschützter platziert 8 kill 13 kills 15 16 17 kill man scharer naja wir haben ja ein terminal sich gerade das war schon daneben wir sind gar nicht da kann man glaube ich erledigt war er hat schon wieder gegner gerufen hat da 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 glaube ich jetzt da 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 haben wir da völlig nee sagt lieben schüsse muss ausgerichtet werden da oben hat es sogar gesehen da ja ich habe eine richtung an der richtung stopp da kann ja die technik die technik dann versuchen wir dort reagenz gleich ist es tut es mal ein bisschen nachschub packen weil ich brauche zeug ich bin angst oder vorher sind auch welche nehme ich mal ausdrücken fest hat ein gott ich habe ich habe im orbital direkt da eingepackt ich wollte eigentlich nur die gegner da erledigen aber anscheinend muss man kaputt machen da kann man ja wieder gehen wie gesagt dann kann wir ja wieder gehen das sind gegner da sind es da aber wir sind ja gerade zu viel gegner da haben wir jetzt schon die nächsten der welt hat noch ersatz die lage wieder beruhigt woanders hinter uns kommen aber wieder welche da ich habe es nicht geschafft ich würde schon in richtung evakuierung gehen folge dem blau dann ist wenn er hat nicht versuchen ich habe kein ich habe kein ding zu orbital also rechtlich links oder wo auch immer hier sind ja du hast schon aufgeworfen erreicht habe ich glaube nicht dann ist ein gepanzerter ich glaube ja klar und zwei proben gesammelt perfekt taktik aus vielleicht jetzt bloß nicht ich kann ich nicht wieder erleben der typen geht weg wie konntest du mich erreichen ich war dauert in bewegung geht weg ihr stücke bei mir ist nein da ist gerade im wasser kann man noch bleiben da kommt schon die nächsten jetzt moni und alles schöne zeug bloß hinter den stein hat er jetzt schon wieder ihren links ja keine lust statt der am besten moni und hier schon mal richtung evakuierung weil ich bleibe dann nicht mehr länger dafür werde ich nicht bezahlt werden wir überhaupt bezahlt ach du scheiße was ne schon gut immer wenn ich damit schießen werde ich jetzt direkt mich doch zurück oh mein gott oh mein gottchen jetzt hat der stressig so links 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 rechts oben unten oben wir irgendwo der konami code versteckt ist links rechts unten oben oder wie auch immer dagegen ich weiß ja und irgendwo hier höher gehen nenne hoffentlich kommt die von daher sind so exklusiven fässer da habe ich habe geschützt darum platziert aufgezeichnet die kommen natürlich von ihr wir umgehen einfach die dinger da hat nicht so gemacht wenn man geschützt und irgendwie auf der anderen seite zeugs abschieben 25 26 27 32 33 34 35 36 3 durch 39 40 da war krass ich wollte zigarette trotzdem sind ja immer noch voll viele gegner da kommt noch alle von da da habe ich auch kein witz und dafür ich wollte ich ja ich bin schuld weil du hat ding gefeuert hast ist klar ich wollte ich schlagen damit der mitte vielleicht abbricht oder so ja weiß ich doch nicht will ich von sohn und sehen wir abhalten sagt er ich bin schuld er tut uns da blöde dingen aber du wolltest werfen ich weiß dass du das werfen wolltest nein ich glaube mit einem messer durchgegeben ich halte ein messer vor mir laufen weil durch 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 die gegend laufe wenn zufällig einer damit reinläuft dann ist eure schulden ja ja wer ist aber kein versehen was du machst was genau was du machst ich bin doch nur ein baby 100 prozent ich traue dir nicht glaubt er kein wort ja dass ich mal sehen friendly fire schaden 53 wie sagt auch so auf friendly feiern hätte man das voll unglücklich ja 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 Vielen Dank.